So eine zweimonatige Auszeit verbrachte er mit seiner vierköpfigen Familie in Vietnam und auf den Philippinen. Dorthin geschwommen dürften sie kaum sein. Denn es war ein Langstreckenflug, aber es ist gut, denn kürzere Flüge möchten sie ja verbieten, er auch. Und trotzdem fliegt er selber natürlich nach Budapest. Und Peter Wech hat ja gefragt, ob er sich denn überhaupt noch selber ernst nimmt, wenn er mit dieser Doppelmoral unterwegs ist. Ihr wisst ja, Doppelmoral ist das Gegenteil von Moral. Und natürlich kann er sich immer noch wunderbar in den Spiegel schauen, weil das Einzige, was ein Cedric Wermuth ja machen muss, ist Wahlen gewinnen.